Ein Tag im Leben, ein Albaner! Äh, Jordan? Ich bin Albaner! Seh ich! Wir wollten was essen gehen! Ah, stimmt! Komm, wir fliegen zu der Pizzeria vor mein Ockenbeton! Ach, ich hab schon noch einen Rhein damit! Äh, krieg ich kein Besteck? Oh, sorry! Hier! Alter, wie soll ich mit deinem Akkuschrauber essen? So! Oh, Bruder, ich danke dir echt fürs Essen, ja? Ah, Bruder, bedank dich nicht bei mir! Bedank dich bei Albanien! Fuck, mein Vater schon wieder, ja? Können wir kurz ein Foto machen? Glaubt nicht, dass wir zusammen draußen sind! Äh, geht das auch ohne Handzeichen? Das ist für meinen Vater!